Grüß dich in Wiener Neustadt, du meine Frau! Hier ist er, der Autokorfer! Grüß dich in Wiener Neustadt! Schön, dass ihr da seid! Ja, der Autokorfer, wo geht's? Ja, auf dem Radio, dann schaltet er ein 5,1, der Autokorfer live hier. Ein Runde weiter mit dem Autoradio einschalten und dann seid ihr mit uns live hier verbunden mit dem Autoradio vom Autos Corsa hier in Wiener Neustadt. Etwa adversity ist der Autoradio. Und step in Wiener Neustadt ist der Motorradio. Hallo ihr Lieben, zu Reinhard Fendrich, unserer wahren Hymne, I am from Austria und die österreichischen Fahnenwehen. Es ist wunderschön, diese Solidarität für die Wiener Neustädter. Wir wollen, dass Wiener Neustadt wieder frei ist. Kein Freitesten, kein Reintesten, kein Raustesten und deshalb sind wir heute alle da. Großartig. Und wir sind sogar im Radio auf 101,1 für alle, die uns jetzt hören. Gute Stimmung und ich hoffe, das geht so weiter. Und der Herr Schneeberger wird auf die Idee kommen, dass es keine gute Idee war, diesen ganzen Wahnsinn loszutreten. Also Herr Schneeberger, Schluss, aus, vorbei. Und schau dir an, was da los ist und wie viele Leute da heute mitfahren und nicht einverstanden sind. Wir haben eine ganze Nordspange. Lammlegen. Liebe Grüße. Wir sehen uns. Wir haben den Daniel, ich habe den Daniel gereicht, dass wir an den Daniel, an den Daniel, an den Daniel, an den Daniel, an den Daniel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin gerade so richtig hoch. Ich stehe bis jetzt noch in der Zeit. Danke schön. 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 Das ist die Executiven. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.